Die Silvesternacht 2015 in Köln. Auf der Domplatte und vor dem Hauptbahnhof werden hunderte Frauen Opfer sexueller Gewalt. Diese Ereignisse haben Anhänger von Hertha BSC nun zum Anlass für ein geschmackloses Plakat genommen. Beim Pokalspiel gegen Köln war auf einem Banner zu lesen, selbst an Silvester tanzt eure Schwester alleine. Auf einem zweiten stand Domplatte for One. Dabei hatte die Mannschaft erst zwei Wochen zuvor für mehr Toleranz und ein besseres Miteinander geworben. Sie kniete vor dem Spiel in Anlehnung an den Protest der NFL gegen Diskriminierung. Bei einigen Fans scheint diese Botschaft noch nicht angekommen zu sein.